So, hallo zur Opening Bell. Tja, leider die Hoffnungen, dass man vielleicht auf diplomatischem Weg oder dann zwischen den Außenministern eben eine Lösung finden würde. Sie haben sich nicht erfüllt. Die Ukraine und Russland sind auseinandergegangen, ohne eine Einigung erzielt zu haben. Und darauf haben die Märkte bereits reagiert. Wir schauen mal nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franzi Schimpke. Der DAX wieder in der Abwärtsbewegung. War vielleicht dann auch irgendwo schon befürchtet worden, dass da nichts Großes bei rumkommen würde. Tja, wie geht es jetzt weiter? Ja, gestern auf jeden Fall, das können wir nicht einfach so unter den Teppich kehren. 1016 Punkte hat der DAX gestern an Boden gut gemacht. Ich glaube, da war die Hoffnung doch ein Stück weit groß, dass es eventuell zu einer diplomatischen Lösung in der Ukraine-Krise den Krieg eben geben könnte. Die Gespräche jetzt heute, hat man da wirklich ja dran geglaubt, dass es da irgendwie einen Handschlag gibt und man sagt, okay, wir lassen das vermutlich nicht. Aber die Realität ist dann eben doch immer noch mal ein bisschen härter und hat sozusagen ja diese Luftschlösser, von denen man hier schon wieder geträumt hat. Also diesen Frieden, den wir alle so sehr uns wünschen, den hat es dann doch eben erst einmal wieder zerschlagen. Das hat uns hier zurück auf den Boden der Realität gebracht beim DAX, der nach diesem Sprung gestern eben heute direkt schon mit einer Rückwärtsbewegung unterwegs ist. Und dann dürfen wir nicht vergessen, wir haben die EZB. Und es war ja jetzt so ein bisschen, ja, die Frage, kommt dieser schnelle oder schnellere Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik trotz der Ukraine-Krise? Ja, er kommt. Und das ist etwas, was dann eben doch noch mal hier etwas deutlicher auf die Stimmung gedrückt hat. Obwohl das grundsätzlich ja positiv zu sehen ist, weil man somit die Inflation bekämpft. Aber man ist ja aktuell so hin und her gerissen, dass es eben schwerfällt, Positives tatsächlich zu sehen. 13.472, daraufhin der aktuelle Stand. Das bedeutet jetzt also ein Minus von 2,7 Prozent. Geht in Ordnung für den heutigen Tag mit dem Wissen, dass wir gestern fast 8 Prozent an Boden gut gemacht haben. Gewinner sind es nur noch wenige. Bayer gehört dazu, die Deutsche Bank, die Deutsche Börse. Klar, die Banken natürlich jetzt wieder so ein bisschen im Fokus, weil die ganz, ganz ultralockere Geldpolitik zurückgefahren wird, auch wenn die Zinsen noch nicht wirklich wieder steigen. Auf der Verliererseite der Automobilsektor. Ukraine-Krise sorgt für viel Ungemach bei den konjunktursensiblen Werten, Lieferengpässe, Materialknappheiten. All das ist ein großes Thema. Aber es hat dann eben BMW heute auch noch überraschend Eckdaten präsentiert. Und die erfüllen die Erwartungen, das kann man nicht anders sagen. Aber die Entwicklung bei der operativen Marge im Autokerngeschäft, die wird moniert. Und somit BMW, der größte Verlierer mit über 6 Prozent, Mercedes-Benz Group, aber auch Volkswagen, Schwach- und Brentag und die Deutsche Post, die gestern Zahlen gebracht haben, gefragt waren, heute auch im Minus. Also mit der Gegenbewegung. Ja, und genau dasselbe spielt sich momentan in den USA ab, an der Wall Street. Auch da haben wir es mit Verlusten zu tun. Dir auf jeden Fall trotzdem einen schönen Dank nach Frankfurt. Vielen Dank für den Überblick. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Wir haben nämlich Inflationsdaten bekommen. Und die sind höher ausgefallen als erwartet. Zuletzt 7,9 Prozent. Das bedeutet natürlich, dass wir jetzt einen Preisschub, einen gewaltigen Preisschub sehen werden. In den kommenden Wochen, vielleicht sogar Monaten, hervorgerufen. Natürlich auf der einen Seite durch die enorm steigenden Preise für Energie. Auf der anderen Seite ist es ja eben nicht nur die Energie. Es sind ja auch die Getreidepreise, die ordentlich durch die Decke gegangen sind. Und das alles werden wir wiederfinden. Und das wird natürlich die Bemühungen unterminieren, der Notenbanken das irgendwie in den Griff zu bekommen. Und dann macht natürlich das Gespenst von der Stakulation auch wieder die Runde. Was jetzt gerade steigt, ist Öl. Das war nicht anders zu erwarten. Wenn es keine Einigung gibt, dann kommen wieder die anderen Themen natürlich stärker zum Tragen. Und gestern Öl deutlich unter Druck geraten. Jetzt eben wieder mit einer Gegenbewegung. Und beim DAX haben wir es ja gesehen. Es waren schon so etwa die 400 Punkte, die wir verloren haben. Und jetzt, danke Regie, 420 Punkte, die wir verlieren. Also schon wieder ordentlich von dem, was wir gestern aufgeholt hatten, sind schon wieder mal 40 Prozent weg, wenn man so rechnen würde. Aber gut, wir haben natürlich die Möglichkeit, dass wir uns da durcharbeiten. Aber die vergangenen Tage haben ja, glaube ich, schon gezeigt, dass dann im Zweifel immer Positionen verkauft werden, um einfach nicht über Nacht oder übers Wochenende in einem Markt drin zu hängen, von dem man momentan überhaupt gar keine Ahnung hat, wie es hier weitergehen könnte. Schauen wir uns, Ölpreis haben wir gesehen. Genau, schauen wir uns jetzt mal den Bitcoin an. Der läuft nach unten. Und ich habe eine sehr interessante Nachricht, also Nachricht in Anführungsstrichen gelesen oder Begründung gelesen, weshalb es denn jetzt für den Bitcoin nach unten geht. Also gestern war der Anstieg damit verknüpft worden mit der Executive Order von Präsident Biden, der mehr Regulierung für den Bitcoin anstrebt. Mir erschließt sich diese ganze Erzählweise jetzt tatsächlich nicht mehr, weil ich sage, Währungen gibt es genug und der Bitcoin, wenn er reguliert wird, fällt ja ein Hauptargument für den Bitcoin weg. Denn es war ja eigentlich immer so der Traum der Macher, der Schöpfer und derjenigen, die sich da als Fans bezeichnet haben, dass sie eine Währung haben, die halt eben sich staatlichen Einflüssen weitestgehend entzieht. Und mit dieser Executive Order will natürlich Joe Biden das Ganze jetzt, wenn man den Bitcoin, an die Leine legen. Natürlich, man will auch die Anleger schützen, also diejenigen, die den Bitcoin besitzen. Und das ist natürlich eine positive Geschichte, überhaupt gar keine Frage. Und vielleicht wird das dann irgendwann tatsächlich auch investable, also auch für große Banken, die dann sagen, hey, ihren Kunden, ihr könnt hier zahlen in US-Dollar oder auch in Euro, aber ihr könntet auch im Bitcoin bezahlen. Nur, wie gesagt, dann wäre es halt nur noch eine weitere Währung, mehr nicht. Na klar, sie basiert auf der Blockchain, die Blockchain ist eine tolle Geschichte, aber für den Bitcoin selbst würde mir so ein bisschen die Grundlage fehlen. Also, und heute wird dann praktisch der erneute Rückgang unter 40.000 Dollar damit begründet, dass ein Teil dieser Euphorie jetzt vorbei ist. Ja, super. Ich habe ja das auch schon wieder zwei Minuten damit verbracht. Ja, oder es hat halt einfach damit zu tun, dass die Situation draußen unübersichtlich ist und die Börsen wackeln und man sowas dann eben nicht im Depot haben möchte. Und dass man gestern dachte, hey, der Bitcoin ist stark gefallen, hey, dann gehe ich doch mal rein und versuche ein paar Prozent mitzunehmen. Und heute halt eben Gewinnmitnahmen. Auch das ist natürlich möglich, denn, machen wir uns doch nichts vor, momentan spielt sich das Ganze in einer relativ, es ist zwar eine breite Spanne, aber es ist eine Spanne. Irgendwo im Bereich 30.000, 35.000 Dollar bis 45.000 Dollar, da wackeln wir jetzt momentan rum, gehen wir nicht über die eine Grenze oder fallen unter die andere, passiert momentan recht wenig. Das Ganze, andere drumherum ist Getöse und Lärm. So auch meine Einlassung zu dem Thema. Coinbase, klar, wenn sich der Bitcoin gut bewegt, dann bewegt sich auch Coinbase. Wobei man durchaus zuletzt den Eindruck haben konnte, dass Coinbase versucht, sich hier zu emanzipieren. Also eben nicht nur immer mit dem Bitcoin in Verbindung gebracht zu werden, weil sie natürlich auch durch den Handel an sich verdienen. Und es geht ja auch in Richtung NFTs, man möchte das Ganze ein bisschen ausweiten, will dann weitere Standbeine haben, aber das dauert halt einfach eben. Und momentan ist dieser Bezug und der gedankliche Bezug natürlich auch an der Börse einfach noch zu groß, als dass sich die Anleger davon irgendwie befreien könnten oder das auch wollten. Also deshalb sehen wir die Aktie von Coinbase mehr oder weniger genau wie die Aktie wie dem Bitcoin in einer Seitwärtsbewegung ohne große Ausbrüche nach oben oder unten. Bei Amazon, da haben wir vorbörsig sehr, sehr gute Kurse gesehen. Vorhin waren noch 5% übrig. Von den 8% hat es nicht mehr ganz gereicht. Die Ankündigung, es ist ja nicht nur die Ankündigung, dass man 20 zu 1 splitten wird, das war ja vielleicht eh schon längst überfällig. Guter Zeitpunkt übrigens hier unten an dieser Unterstützung, dass man das dann gerade noch rausgebracht hat, sondern auch Aktienrückkaufprogramm 10 Milliarden Dollar. Jetzt muss man natürlich wissen, das ist bei Amazon nicht so viel. Das würde vielleicht bei vielen anderen kleineren Werten dazu reichen, damit man den kompletten Aktienbestand vom Markt nimmt. Aber bei Amazon sind das halt, ich weiß nicht, wie hoch sind die momentan bewertet, 2 Billionen, dann wären das 0,5%. Ja, auf jeden Fall, es ist natürlich positiv, es ist im Gedanken auch der Shareholder Value, passt auch. Der Aktiensplit, es wird Zeit, dass er kommt und damit hätte die Aktie auch tatsächlich die Chance, irgendwie mal in den Dow aufgenommen zu werden. Auch das wäre dann durchaus positiv zu sehen. Momentan ist es halt einfach so, wir haben eine Unterstützung, ich würde das Ganze von der technischen Seite sehen und sagen, solange die Unterstützung hier hält, ist okay. Ansonsten sehen wir vielleicht Kurse, die es denkbar machen, dass man da wirklich noch so ein paar Schnäppchenkäufe macht. Denn langfristig wird denen hier nichts passieren, machen wir uns nichts vor. Wir haben AWS, die haben Prime, die haben genügend Sachen, die wirklich richtig cool sind. Und deshalb Kursverluste, auch größere dienen eigentlich als Einstiegskurse. Bei Shopify konnte man ja der Meinung sein, das sei nicht mehr gegeben. Die Aktie hat ja immer stark unter Druck geraten, hat sich dann irgendwann gedrittelt vom Hoch, sogar, ja, doch gedrittelt vom Hoch. Durch gestern jetzt eine massive Gegenbewegung, 14%. Da zeigt sich dann auch, aha, wenn der Waag mal glaubt, dass es nach oben gehen könnte, dann geht es auch sofort natürlich für diese runtergeprügelten Werte sehr schnell nach oben. Ich finde das, was sie machen, gut. Ich finde das operative Geschäft gut. Es sieht für mich auch danach aus, als wäre es nachhaltig. Das Problem ist natürlich die Profitabilität, gering, aber auf der anderen Seite das hohe Wachstum. Muss man für sich selbst abwägen, inwiefern man bereit ist, jetzt gerade ins Risiko zu gehen. Ich glaube, langfristig ist es auch hier eher so eine Geschichte, wenn ich überlege, ich bin schon so lange an der Börse, wenn ich überlege, ich habe die Anfänge des Internet mitgemacht an der Börse. So alt bin ich mittlerweile schon. Da kann ich mich daran erinnern, bei Amazon war das auch immer ein Thema. Ja, es war immer das Thema, dass sie zu hoch bewertet sind. Das hat sich über Jahre hingezogen und trotzdem ist die Aktie gestiegen, weil das Geschäftsmodell eben, das zugrunde liegende, eben gut gewesen ist. Und bei Shopify denke ich mal, dass es sich ganz ähnlich verhält. JD.com, auch ein gutes Geschäftsmodell. Blöd, dass es Chinesen sind, weil die kriegen momentan einfach kein Bein auf den Boden und dann auch noch China und Olympia war schon kein Erfolg, finde ich jedenfalls. Medial gesehen, da gab es mehr Dinge, die man bemängeln konnte, als die, über die man sich freuen konnte, unabhängig der sportlichen Veranstaltungen. Und das zweite ist natürlich weiterhin der Regulierungsdruck und dann jetzt natürlich auch, Brüder im Geiste, China und Russland. Also, wie sich China hier entscheiden könnte. Jetzt hat JD.com, Sie sehen es, gestern 6% gewonnen. Heute haben Sie Quartalszahlen gemeldet und ich darf es Ihnen vorneweg sagen, die sind sehr gut ausgefallen. Der ist Umsatzwachstum 23% plus. Das zeigt, das Wachstum ist weiterhin vorhanden. Beim Ergebnis ebenfalls über den Erwartungen. Ausblick ist, glaube ich, auch nicht so schlecht gewesen. Die erste Reaktion, ach so, und die Marge, die operative Marge, das sei noch angemerkt, bei knapp einem Prozent. Und das ist durchaus ein hoher Wert. Analysten hatten da mit viel niedrigeren Werten gerechnet. Die erste Reaktion des Marktes, minus 5,5%. Also, Sie sehen, es bleibt einfach ein schwieriges Fahrwasser und es ist nicht leicht, da auch dann tatsächlich mit Zuversicht durchzukommen. Und das ist mir auch völlig klar, ja, da redet der Weiß monatelang, ja, und dass es gute Unternehmen sind, ja. Aber die Kursverluste sind natürlich trotzdem da und das gilt eben nicht nur für JD.com, das gilt für Alibaba, das gilt für NetEase, die sich gestern mal aufgeschwungen haben. Habe ich auch noch mit dabei, auch da ging es 5% nach oben. Aber eben sofort auch wieder Gewinnmitnahmen, wenn der Markt auch nur kleinste Zeichen von Schwäche erahnen lässt, dann werden diese Sachen sofort wieder aus dem Depot rausgeräumt und dann heißt es halt, okay, 5% habe ich mitgenommen. Wann sich das Ganze mal, wann das Ganze mal auslaufen wird und die Anleger vielleicht wieder etwas stärker an Zuversicht gewinnen, das vermag ich einfach nicht zum jetzigen Zeitpunkt sagen zu können. Bei Ford, da gibt es eine sehr interessante Entwicklung, ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Der Konzern hat ja gesagt, dass er seine E-Autosparte abspalten wird, als eigenen Bereich. Es wird noch keinen Börsengang geben, das ist eigentlich ein deutliches Zeichen dafür, dass man im Management glaubt, so weit sind die eigentlich noch nicht. Aber man will eine klare Trendschärfe haben. Jetzt kann man sich natürlich fragen, weshalb macht man denn das? Naja, da geht es um Zuständigkeiten, die sind natürlich klarer. Unterscheidungen, wer ist für was jetzt einfach zuständig? Wie muss das Kapital allokiert werden? Also wo müssen irgendwelche Investitionen getroffen werden? Und da meint es Ford offensichtlich durchaus ernst. Es wird Ford Blue geben, das ist die Kernmarke, das Traditionsgeschäft mit den Verbrennermotoren, so wie wir es kennen, diese großen spritfressenden Maschinen. Und auf der anderen Seite wird es halt eben dann die E-Autosparte geben und die heißt Mobile E. Wenn man sich überlegt, das ist eigentlich ein sehr cleverer Schritt. Sie trennen das auf, aber sie gehen es nicht in letzter Konsequenz zu Ende, weil sie eben glauben, ist eben dann doch noch nicht so weit. Ja, obwohl der Mustang sehr gut gelaufen ist. Also offensichtlich die Nachfrage nach dem E-Mustang von Ford sehr hoch gewesen. Und jetzt will man auch in den kommenden Jahren investieren, 40 Milliarden insgesamt. Das Geld muss natürlich irgendwo herkommen, aber man glaubt, dass man das aus dem Cashflow rausnehmen kann. Und dann macht halt einfach eine klare Struktur, macht es eben hier einfacher und wird verhindern, vor allen Dingen auch, dass die E-Autosparte dann vielleicht irgendwie an den Kapitalmarkt muss, also an den Bondmarkt muss, um Kapital aufzunehmen. Durchaus alles nachvollziehbar ist, ein bisschen untergegangen. Ich finde das ganz spannend und wer noch auf der Suche nach einer Autoaktie ist, sollte zumindest mal abwarten, bis wir hier einen Boden gefunden haben. Der Kampf momentan mit der 200-Tage-Linie. Es ist ganz interessant, es passt jetzt natürlich gerade nicht in die Zeit. Bei Crowdstrike genau dasselbe. Sie haben auf der einen Seite hohe Inflation, damit natürlich durchaus Handlungsdruck für die amerikanische Notenbank an den Zinsen zu drehen. Das ist dann immer so für wachstumsstarke Unternehmen eben kein ideales Umfeld. Aber die haben jetzt Zahlen gebracht, die waren wirklich gut. Hohes Wachstum, Umsatz über den Erwartungen, Gewinn je Aktie über den Erwartungen, Ausblick über den Erwartungen. Also guter Ausblick letztendlich. Die Aktie hat auch vorbörsig zugelegt. Die Frage ist, können diese Gewinne verteidigt werden? Weshalb habe ich die jetzt mit dabei? Weil dasselbe gilt ja prinzipiell für Dutzende andere Firmen, Dutzende andere Aktien an der Wall Street momentan. Auch aus dem Bereich. Cybersecurity ist natürlich momentan angesagt, keine Frage. Aber Sie sehen, wir haben hier tatsächlich so drei Punkte mal gebildet, die, wenn wir eine Linie, wenn wir das mit einer Linie verbinden, doch eine relativ solide Unterstützung signalisieren. Schaut man sich dann an, wie weit die Aktie von der, wie weit der Kurs von dieser Unterstützung weg ist, etwa so um die 10, 12 Prozent. Dann könnte man natürlich argumentieren, der Weg nach oben, das sieht jetzt eigentlich ganz vielversprechend aus. Und man könnte zumindest mal in Richtung dieser 200 Dollar vielleicht sogar etwas darüber laufen. Also durchaus eine Chance, hier mal in diese Aufwärtsbewegung mitzugehen, wenn der Markt das heute irgendwie zulassen sollte. Und Genier Energy, ich hatte es heute Morgen schon mal mit dabei, es ist ja relativ einfach, nur weil irgendwo Gespräche, Verhandlungen stattfinden, sind ja die zugrunde liegenden Dynamiken nicht weg. Also es bleibt dabei. Der Westen will sich von Russland trennen, was die Abhängigkeit betrifft. Das heißt, man wird sich den USA zuwenden, wenn es um Flüssiggas geht. Ob das die USA sind oder ob Katar ist, spielt ja nicht die Rolle. Irgendwo müssen wir ja unser Gas herbekommen. Das heißt, diese Dynamik, die in den Unternehmen, in den Branchen drinnen ist, und Sie sehen es, das ist der Euro-Chart, es geht schon wieder leicht nach oben. Es war also wirklich nur so ein Durchschnaufen nach diesem sehr, sehr starken Kursgewinn in den Vortagen. Sehr erratisch das Ganze gewesen, gilt ja für viele andere Werte auch. Das heißt, wir werden zukünftig weiterhin Rüstungsunternehmen mit dabei haben. Natürlich auch alles, was mit Flüssiggas und Rohstoffen aus anderen Ländern, die nicht Russland heißen, zu tun hat, den Verarbeitern. Erneuerbare Energien werden sicherlich mit dabei bleiben. All das sind diese Kernbereiche, wo wir in den nächsten Monaten durchaus Geschäftsbelebungen sehen und natürlich dann auch höhere Gewinne sehen. Bei Disney, das passt jetzt dann vielleicht nicht ganz in diesen Kontext, aber auch hier hatten wir zum einen der Versuch, einen Doppelboden reinzuziehen. Das würde jetzt auch vom zeitlichen Ansatz her sehr gut funktionieren. Wenn diese Kerzen zu nah sind, dann werden die eigentlich in der Regel nicht ernst genommen. Also man sagt, man braucht eine gewisse zeitliche Differenzierung, dass man sagt, okay, wir haben das erste Mal dieses Tief erreicht und dann nach einem gewissen Zeitraum wurde das zweite Mal getestet. Dann hätten wir unter Umständen einen Doppelboden, wenn das weiter nach oben geht. Also von daher sieht das ganz vielversprechend aus. Gestern waren sie so ein bisschen mit dabei, ist aber auch einer der großen Verlierer in den vergangenen Monaten gewesen. Wachstum läuft, Disney Plus läuft, dann warten wir darauf, dass die Aktie wieder den Vorwärtsgang findet. Sieht aber gar nicht so schlecht aus und auch hier könnte man sagen, vielleicht bis in den Bereich 160 Dollar. Also zunächst die Hoffnung zerstoben, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also warten wir darauf, dass wir vielleicht neue Verhandlungen bekommen werden, dass es dann vielleicht zumindest mal zu einer Waffenruhe kommen kann in der Ukraine. Zu wünschen, wer es ihnen, den Menschen dort. Und wir sehen uns wieder dann mit den Märkten am Morgen, morgen früh. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020